Oh, jetzt sind wir ja die ersten Runde. Okay, aber eigentlich ja erst jetzt so. Train. Oh Leute, die Mat habe ich richtig lange einfach schon nicht mehr gespielt. So, ah, hier ist das Bonzer. Und da drüben ist das Eisen. Ah, alles klar. Alles klar, so. Nein, ähm, ein bisschen Blöcks am Bienen sein. Der Hurensohn ist schon wieder da. Der Boy. Haio. So. Na, es reicht schon. Ich weiß mal drauf. Ich kaufe mir einfach billig Zeugs. Einfach nur, damit ich schneller zu den Gegnern gehen kann und sie hart penetrieren kann. Na, ich brauche jetzt mal noch mehr Bronze hier. Ich kriege einfach nichts. Geil. Nur ich gehe dann jetzt einfach so. Juckt mich einfach mal jetzt nicht. So straight out gar nicht. Okay. Läuft bei dir, Junge. Der Typ ist gerade einfach zu uns weitergegangen, aber es juckt mich jetzt einfach mal gerade gar nicht. also könnte man schon behaupten, dass es mich kein bisschen durchmacht. So. Egal. Dann. Äh. Da drüben. Ja. Fick dich. Dich. Und deine Mutter auch. Äh. Da ist auch noch ein Gegner. Und da oben ist auch noch der Gaming Panda. Den holen wir uns. Als nächstes. Hallo. Hallo. Oh leu. Der lebt noch. Oh leu. Wie ich einfach die ganze Zeit genotiet werde und deshalb fast genotiet werde. Okay. Nice. Ach, die sind zu. Oh, ich dachte jetzt, das wäre mein Teamkamerad. Der würde ihn dann einfach schon töten. Egal. Ich nasche mir erstmal ein paar goldene Äpfel. Gehe dann jetzt da hoch. Koss. Weil er hat ein Schwert. Das ist sehr bedrohlich. Er hat mich sogar gar nicht geschlagen. So. Game Thunder. Huchensohn. Und Vanille Cola baut sich hoch. Natürlich. Natürlich muss ich einer hoch. Ich frage mich immer so. Warum? Warum? Äh. Na gut. Na super. Na geil. Erstmal hoch. Und. Okay. Das pisst mich jetzt schon an, dass ich kein Tower habe für Bergwerk. Und ich jetzt hab so scheißen langsam bin. Egal. Ich fliege einfach höher als sie. Oder er. Oder was auch immer. Huchensohn. Und dann fliege ich einfach. get fucking act made. Tschüss. Und wir sind schon wieder auf der gleichen Map, weil ich einfach kein bisschen drauf achte, in welche Map ich gehe, aber ja, das bügt uns jetzt mal grad gar nicht, ich fall runter, weil irgendwas gebugt hat, aber ist scheißegal, besser als aus dem Spiegel kickt zu werden, so viel kann ich schon mal sagen. Geil, so, geil, einfach erstmal Eisen holen, wieso Eisen, da ist zwei gespawnt, das macht mich grad traurig, äh, läuft bei dir Junge, what the fuck, was hat der denn für ein Client, Alter, what the fuck, man, das sieht ja richtig witzig aus, das sieht aber einfach nur behindert aus, und er stirbt auch einfach, muss schon ziemlich scheiße sein, der Client, läuft bei dir auf jeden Fall, fett bist du geworden, vielleicht kann er jetzt aber auch nicht fliegen, er ist zu schwer, top kick, äh, geil, so, und noch ein paar Blicke, oh, achso, oh Junge, ne, ne, achso, unser Bett wurde einfach als erstes zerstört, das leben sogar noch alle grün, hab gehört, ich krieg alle Kills, ah, ist klar, so, ey, du bist der Ärzte, der mir in den Arsch gefickt wird, boi Junge, weiß noch nicht, wie nervig du bist, äh, ja, Zug kommt in mich, nö, tschüss, und Lucy ist die, wow, zwei Minuten Runde, und wir sind in der nächsten Stunde auf dem, ähm, aussie.tc-server, dem Capture-the-bulls-server, wo ich schon mal drauf gespielt hatte, ist schon länger her, glaube ich, aber, nun ja, wer's kennt, der kennt's, wer nicht, wer nicht, juckt's mich auch nicht, oh, so, ähm, kurz mal Sachen craften, den gehen wir auch einfach schon und holen die ersten paar Wollen, Wollen, Wolle, eine Wolle, mehrere, es ist schon eigentlich die Mehrzahl von Wolle, ist eigentlich Wolle, ja, bin mir ziemlich sicher, wenn nicht, berichtigt mich nicht in den Kommentaren, weil juckt mich nicht, ich weiß, sehr, sehr gut, ja. Ich wollte einfach nur ein Bogenkill machen, ich weiß nicht, warum, aber ich habe es getogen. So, ojo, da darf man einfach nicht bauen, nice. Ähm, ja, so. Ich geh dann, Mann, ne, wünsch euch viel Glück, so. Oh. So, und in die Cockroach springen, geil. Ja, ist schon mal gut gelaufen, so, ein paar Wolle, so. Oh, no, ich sehe da die Schattenschwärter. Aber, oh, Speedtränke will ich auch, äh, was wir nicht kriegen, ist goldene Äpfel, aber ich rufe mich jetzt mal gerade nicht, also, ja, gut, äh, trinken das hier, machen das hier und gehen los. So, so, und wir gehen zur nächsten Wolle, mal ganz schnell und dann bringen wir die zurück und dann sind wir schon fertig mit der Wunde auch. Na gut, es muss halt auch noch funktionieren, so ein bisschen, also, aber bezweifelt, dass wir es nicht schaffen, ich weiß nicht warum, ähm, ja, ich kenne mir einfach mal alles, kippt euch das in Mainz, Riff, so. Cockzacken gehen könnt ihr. So. Jetzt müssen wir es nur noch zurückschaffen, das wird nicht so einfach, boah, jo. Ey, ähm, das ist jetzt nicht so geil, dass ich hier bin. Äh, ich mach doch jetzt dieses aus. Ey, ich bin echt so behindert. So. Ein bisschen behindert dieses Wasser, übrigens, das wollte ich mal so erwähnt haben. Digga, ich hab Jesus ausgemacht, was? Ich krieg schon wieder zu viel, Alter. So. Jesus wieder anmachen. So. Lutsch doch, Junge. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich das hinbringen muss, aber, ja, ja, ich hab's schon gefunden, perfekt. Boah, jo, Alter, das ist schon eine ziemlich schnelle Runde gewesen, könnte man behaupten. So, ist stark. Und wir sehen uns gleich dann in der nächsten Runde. Hoho. Und wir sind in der nächsten Runde. Äh, ich krieg erstmal voll Schaden, geil. So, Autoharmor wieder anmachen und, äh, hier kriegt man kein Eisen, sondern Gold. Dass ich scheiße bin, aber ist mir jetzt erstmal egal. Weil Goldrüstung ziemlich bald sagt und man sauviel Schaden bekommt, also. So. Ochs. Und noch einen Händen. Also. Dann gehen wir einfach mal los. Boah, jo, hier gibt's sogar drei Wollen. Übertreibt's man nicht direkt. Ja, dann holen wir mal die drei Wollen. Wollen, ich sag noch immer Wollen, Alter. Ich bin schon retardet. So, wir sind übrigens in Team Blau und wir sind Team Rude. So, da ist die erste Wolle. Ich seh sie schon ganz genau vor mir. Da kann man sich wahrscheinlich nicht herbauen, also. Gehen wir einfach mal. Boah, jo. So. Ähm. Da ist sogar schon einer mit mir. Es sind zwei sogar mit mir. Doch. Ja, ich finde das aber nicht in Ordnung, dass ihr euch grad die Wolle nascht, die ich mir eigentlich naschen wollte, ne. Ich finde das nicht okay von euch. Und Wolle. Golden Äpfel, nein, natürlich nicht. Nö, juckt die nicht. Juckt die einfach straight out mal, gar nicht. So. Zur nächsten Wolle. Das wäre die Magenta. Ich hole einfach nur noch die Magenta, weil wir die andere eh haben. Und die ist da oben. Okay. Ähm. Geil. Gibt doch Wolle. Dankeschön. Und. Ja, dann brauchen wir noch die Pinke. Die ist sogar da hinten. Dann. Komm, scheiß drauf. Dann holen wir die auch noch. Dann bringen wir alle drei zurück. Zumindest wenn wir es schaffen als erster von unserem Team. Das wäre auf jeden Fall. Ach ne. Ja doch, das ist die Pinke. Ich wollte mich grad schon beschweren. Schau, das ist gut, die Darlie. Das ist mir falsch. Aber das war gar nicht falsch. So. Pinke Wolle haben wir dann auch schon. Eine. Geil. So. Und. Dann gehen wir jetzt ein bisschen zu unserer Base zurück. Zumindest wenn wir das schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Leute, ich hab diese Runden viel länger in Erinnerung. Wo ich nicht wunderslieb. Normalerweise dauert so eine Runde eigentlich so um die 10 bis 15 Minuten. Aber irgendwie raste ich grad aus. Wenn ich ausraste. Das ist ja geil. Tatsächsuelle Popo-Klatscher. Boah, oh, Alter. Die Silbe müssen schon reichlich mad sein. Könnte man behaupten. Geil. So. Äh, jetzt muss ich nur noch. Es zu dem Wasser darüber schaffen. Aber das fehlt ja nicht das Schwere. Äh. Na ja, wir nehmen die Runde trotzdem, weil, ne? Ich hab zwar die Wolle nicht zurückgebracht, aber ich hab die ganze Wolle geholt und habe Kiehl's gemacht und wir haben ja eh trotzdem gewonnen. Arschfick. Hallo, liebe Haze-Community. Ich bin zufriedener Kunde bei der Cedric Moritz GmbH. Das sind echt krasse Produkte. So, haut rein. Ciao.